wunderbar so wir waren jetzt hier hallo da sollten wir vielleicht nicht unbedingt lang laufen professor die kiffer Professor, macht die Tür auf Professor Professor Ach, Gott Alter Das ist so krass Der geht jetzt bestimmt zum Professor hin Wir gehen mal nach hinten Warum ist deine Zunge rot? Tschüss Ich jetzt Das ist das Was dich jetzt interessiert Ich mach mal die Tür auf Kollegen, ist man unter Wissen Sie müssen mich hier lassen, Freeman Nie Freeman Wenn ich gewusst hätte, dass Sie das waren, hätte ich Sie reingelassen Ja 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 Ich Mach die Tür auf Kann ich die Tür aufmachen? Alter Alter, diese Türen Boah, diese dämlichen Türen, ja Die man nicht aufdrückt Sondern die einfach aufgehen, ey Unglaublich Kannst du mir die aufmachen? Kannst du mich verarschen? Komm mit Ich weigere mich auch nur noch einen einzigen Ohhhh Vorrang Ich halt so weiter Hey, hallo Komm, spring Spring Nicht spring Gucken wir aus, ja Ne, das ist ja klar Was im Rücken beißt Ähm Lagerraum Ähm Kollege Was hast du vor? Die haben wir ja schon die ganze Weile Kann also nicht aufzuhören hier Hilfe 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 Was Ja, das scheint der richtige Weg zu sein Das heißt, wir müssen nochmal zurück So Käfer Ähm Auf der einen Seite Jetzt scheint es hier nämlich noch was zu geben Und hier drinnen natürlich auch Wer macht eigentlich so ein Mist hier? Was zu essen? So So Die wichtigste Frage Was ist denn die Schenke? Ja Nicht Nicht Na gut Na gut Oh Du blödes Vieh ey Oh Gott Hallo Hihihi Verdient Servus Übrigens Cute Heal Girl Guten Tag Guten Tag Guten Tag Ich bin hier 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 Kann man die gar nicht Im Sprung treffen? Hilfe Hilfe Gesehen und gehört duration ... Sة Noban ... Die Kiste schieben? Uh UCLA ist hmm guten tag blödes viel was what wo wo ist das kaputt weil dachte ich dass ich den retten kann oder gut eine kleine kiste und da Oh ja, Dankeschön. Muni? Haben wir jetzt gerade in der Hand. Oh, geil. Ja. Hm. Das Schieben ist ein bisschen sehr tricky. Ich bin doch bloß an die Medien. Ich kann nur hoffen, dass die Jungs im Landerlabor die Sache hier unter Verfolge kriegen. Ja, ich glaube nicht. Ich hatte so einen Verdacht, dass das passieren könnte. Aber der Verwaltungschef würde eigentlich nicht hören. Ja, genau. Der Verwaltungschef. So. Dankeschön. Hat überhaupt die lange gedauert? Ja, klar. Ja, warum auch nicht, ne? Stimmt. Unsere Chancen stehen besser, wenn wir uns zusammentun. Mhm. Das ist wohl wahr. Wo wollt ihr hin? Ups. Regie. Wie, was macht hier so ne Geräusche? Uh. Alter! Hast du den Schuss gesehen? Ja, hab ich. Hat die Feinde gemacht. Puh, das war knapp. Ja. Na, guten Tag. Ja. Na, mal hin. Ist das alles viel größer, als ich dachte? Ja. Nein! Stopp! 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 Nein! Stopp! Er hat den jetzt schon gefressen, oder? Ja. Mir zu gut? Ich halte sie auch nicht, wa? Äh, ein bisschen. Guck mich einfach mal. Danke. Mir nicht sicher, ob ich wirklich nach oben will. Was ist, wenn die Welt rausfindet, was wir hier unten gemacht haben? Ah, geht schon. Hm. Okay, ich bin mir grad nur nicht sicher, wo wir stehen. Hä? Hm. Ich war grad ein Vertigo laut, oder? Hey, hey! Uh! Äh. Ich muss gut nachladen. Moment. Bleibt doch hier! Sind sie gut? Schönen mal. Hä? Ich habe gerade eine Nachricht auf einem gesicherten Kanal abgehört. Ja, erzähl. Ich habe jetzt Soldaten eingetroffen, und die kommen runter, um uns zu retten. Allerdings habe ich so meine Zweifel, ob wir lange genug leben, um sie noch begrüßen zu können. Ah, Mann. Dann terms. Oh Mann. Entspann sie sich auch garier. Dann Manspekte ist ein, dass sie auf einer Entspannung. Sie können davon ausgehen? Tja. Oh. 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 Alter! Was hat sich die Hügel gebracht? Zeckdot D 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 Uff Z Z Z Z Z Z Z Z Z Uaah, hei! Ei, 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 ei! Alleine? Ich habe gehört, dass Soldaten auf den Reifen kommen. Was ist das? Sieht so aus, als würde sich das ganze Training auf dem Schießstand heute auszahlen. Guck, hier hin. Boah, ich wollte noch mal speitern, jetzt haben wir natürlich wieder eine Ventilator noch verpasst. Ja, ja, jetzt. Dämlich, ey. Okay. Ach verdammt! Ich muss nochmal... Achso, ne, keine... Kommt da noch mit der Head? Ja. Wie viel lang? Nö, das ist viel. Kommt echt nach einer, nachher gesprungen. Ich hab keine Ahnung, wo wir hier ankommen. Okay. Kann ich jetzt ehrlich gesagt mit leben? Wo ich bin, weiß ich immer noch nicht. Hallo? Kommst du mit? Okay. Wir leben für ein bisschen länger, wenn wir zusammenarbeiten. Ja, ich! Ich hab ihn erwischt. Ich hab ihn erwischt. Ich hab ihn aus. Hm. Hallo? Ich hab ihn zu... ...laden wir geladen. Ja, schon wieder weg. Was? Was steht hier? Valve? Ja, alle... Ast, Algo oder so. So gut. So gut. Sieht aus wie kühl aus. Sieht aus. Sieht aus. Sieht aus. Okay. Ah! Vielen Dank.